hallo und herzlich willkommen mal zu einem etwas anderen video und zwar muss ich eine kleine ankündigung machen was im großen rahmen meinen kanal betrifft und zwar wird in den nächsten tagen wochen ich weiß noch nicht wirklich kein video rauskommen meine lieben freunde das heißt die wahl wird noch ausgetragen die einzigen videos die kommen nur ich kann oder habe gerade nicht die zeit aufzunehmen beziehungsweise habe ich gerade auch sehr viel stress deswegen möchte ich da nicht wirklich irgendwo irgendwie mir noch mehr stress oben drauf hauen um videos aufzunehmen dann zu schneiden und die dann hochzuladen brauchen wir auch ein thumbnail ich habe gerade noch die techcam videos die ich bearbeiten muss und die sollten ja eigentlich nächste woche und übernächste woche kommen das ist ja auch nicht der fall und deswegen wollte ich ein bisschen stress abbauen und mich erst mal auf andere dinge konzentrieren beruf schule etc privat leben steht natürlich ganz vorne dran deswegen kommen abgesehen von der wahl die noch ausläuft keine videos keine weiteren videos bis dato auf meinem kanal und die entscheidung fällt mir auch ziemlich schwer das heißt es nicht dass ich aufhören werde ich werde mir einfach noch mal eine kleine was heißt noch mal ich werde eine kleine pause einlegen und dann zum späteren zeitpunkt vielleicht schon in zwei wochen das müsste dann ab dem 20 märz sein da werde ich dann weitermachen und ja mein lieben freunde mir fällt sehr schwer aber ich möchte mir ein bisschen stress wegnehmen und da ist das schon ein faktor der mir zwar schwer an herzen liegt aber der steht eben ein bisschen weiter hinten und da geht das privat leben der beruf schon ein wenig voran und deswegen habe ich mich dann im defekt so entschieden ich hoffe ihr seid mir nicht böse ich bin definitiv ab den zwanzigsten dritten wieder da sei es eine ankündigung oder anderes vielleicht kommt auch mal an einem wochenende ein kleiner stream das kann auch sein am wochenende habe ich dann ein bisschen zeit bisschen mehr und ja meine lieben freunde da war es das erstmal von mir ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag und ciao ciao und 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 Untertitelung des ZDF, 2020